Heute haben wir das Thema Fitness. Fitness mit Resveratrol. Ich habe ganz kürzlich eine Studie gesehen, die aussagt, dass man mit Resveratrol besser trainieren kann. Das wäre ja schon noch super, dass man dann Resveratrol einnehmen kann und dann ist man fit. Aber genau so geht es natürlich nicht. Aber diese Studie sagt, sie haben 16 Leute Probanden gefunden und dann haben sie einer Gruppe ein Placeboprodukt gegeben und den anderen haben sie Resveratrol gegeben. Und dann haben sie die einen Monat trainieren lassen, genau das gleiche Fitnessstudio-Programm, genau identisch. Dann haben sie festgestellt, mit Erstaunen und natürlich auch mit Freude, dass die Leute, die mit Resveratrol bedient wurden, dass die Leute 40% bessere Leistung erbracht haben. Also die Muskeln sind 40% besser, haben sich entwickelt, die Kondition usw. hat sich entwickelt, positiv. Und die mit Placebo, die haben nur 10% bessere Werte erhalten nach diesem Monat. Das heisst, es ist natürlich schon möglich. Es gibt ja Leute, die beginnen wollen mit einem Training. Bis jetzt nichts gemacht natürlich. Aber doch, es ist ja schön, wenn jemand diesen Entscheid fällt. Und dann kann er mit Resveratrol besser trainieren. Er kommt auf bessere Werte und über die Zeit natürlich dann auf bessere Ergebnisse und bessere Lebensfreude. Das ist ja dann schon so. Man macht es ja wegen dem, dass man Lebensqualität kann gewinnen bis ins hohe Alter. Gut, und jetzt haben wir das Resveratrol im Thema. Ist auch wieder ein Naturprodukt, ein Naturstoff, ein Phytostoff. Und der ist von Grund her eben nicht wasserlöslich oder nur schlecht wasserlöslich, wie die Naturstoffe so sind. Damit das Bio verfügbar wird, das Resveratrol, haben wir wieder das A plus B Konzept im Programm. Das heisst, das Resveratrol in einer echten Lösung, ist übrigens auch ein hervorragendes Anti-Aging-Produkt. Das in einer echten Lösung und aktiviert mit dem Aktivator, den wir haben auf Wasser basierend, das A plus B Konzept. Und das ist so wie im Leben vielfach, wenn Sie eine Komponente allein, also es werde immer gefragt, geht es auch mit normalem Leitungswasser, sage ich eben, nein, es geht eben nicht. Und es geht so in dieser Effizienz nur mit dem Aktivator im A plus B Konzept. In der Natur ist so viel, wo nur im Zwei-Komponenten-System sich entwickelt. Sehr viel. Also wenn wir nur die Schöpfung anschauen, alles was Neues, wo Neues entsteht, entsteht durch vorherige Vereinigung. Das ist auch bei den Pflanzen, bei den Tieren, bei den Menschen ja auch so, diese Weiterentwicklung. Auf diesem Prinzip kann man auch sagen, beruht das A plus B Konzept, das wir haben. Deshalb A, Aktivator, B, den flüssigen Phytoextrakt. Das ist das Geheimnis. Und wenn Sie das jetzt anwenden, werden Sie eben besser trainieren. Natürlich, Sie können nicht zu Hause am Kanabe liegen, sondern Sie müssen täglich, ich sage immer täglich, 30 Minuten sich bewegen und 30 Minuten etwas für den Geist tun, Bücher lesen oder einfach Hörbücher hören, das geht auch. Aber auch den Geist weiterentwickeln. Das sind so die Botschaften, die ich habe. Und wenn Sie Reservatrol nehmen, drei Monate lang zum Beispiel, dann werden Sie auch noch andere schöne Effekte erzielen.